So, meine lieben Liebenden, heute Sonntag, 19.15 Uhr, Hot or Schrott auf Vox. Ich freue mich, wenn ihr alle zuschaut. Meine Mutter und mein Vater wohnen jetzt auch hier direkt nebendran. Das heißt, wir werden heute Family Public Viewing machen. Und ich freue mich, wenn ihr alle mitschaut. Und ich freue mich auf super schöne Kommentare von euch auf Facebook, Hubert Feller oder Matthias Mangiapane. Und ja, viel Spaß dabei. Ade! Hot oder Schrott? Ein neuer Einsatz für die Alles-Tester. Feuer frei! Aua! Ob Hightech-Produkt oder Autoluftmatratze. Was besteht den Praxistest? Ich hab nicht gesehen, als ich auf unseren Marktkitz überhaupt durchschmierlaufe. Hot oder Schrott? Die Alles-Tester. Morgen, 19.15 Uhr. Einfach entspannen und die Seele baumeln lassen. Genießen Sie Ihren Traumurlaub. Zum Beispiel in einem Rio-Hotel, einem Robinson-Club oder auf einer traumhaften Kreuzfahrt. Mehr als 5 Millionen Top-Angebote. Jetzt in Ihrem zuverlässigen TUI Travel Star Reisebüro Feller in Hammelburg. Im E-Center und unter feller.de 2. 2. 3. 15. 15. 15.